Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von... Mein Minecraft auf Überleben Projekt mit Zaun, liebe Leute. Ich muss die Kamera da richten. Irgendwie stört mich das da. So, wir machen weiter hier in unserer Bleibe. Bei unserer Bleibe. Jawohl, so ist das. Ja, was machen wir in der Folge? Jetzt sehe ich gerade was, was ich unbedingt haben will. Und zwar für unseren Garten dann einmal. Und zwar dieses Ruckazor, liebe Leute. Ja, die Laura diesmal nicht dabei. Was ich schade finde. Es ist gerade in der Schule. Es ist gerade in der Früh. Naja, eher mehr Vormittag. 10 Uhr in der Früh. Naja, kann man doch sagen früh. So, wir müssen Erde. Wir müssen auferden. Und zwar hier. Hier seht ihr das. Ah, da habe ich schon so viel gemacht. Wir werden hier mal schauen, dass wir auferden tun. Tun? Auferden? Ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt einmal schauen, dass ich... Äh, hier mal... Ja, dass ich hier mal da zu mache. Irgendwo ist da ein Skelett, Leute. Ja, es geht weiter. Die neue Session hat begonnen. Folge ist es 07, Leute. Wahnsinn. Geht schon langsam an die Zehner heran. Ähm, ja, ich werde hier auf jeden Fall mal zu machen. Äh, ja, da werde ich... Ich habe keine Ahnung, wie weit ich da jetzt... ...zu machen soll. Darf, muss, will. Ähm... Ähm... Äh, ja, ich... Ich muss einmal kurz nach unten schauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt einmal auferden. Also auferden. Ich will das alles zumachen hier. So... Das gibt's ja nicht, Leute. Ja, ich... So... So... Da... Diese Blume brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So... Ja, genießt die Musik, wenn ich einmal nicht rede, liebe Leute. Die schöne Musik vom lieben, lieben Honk. Noch einmal herzlichen Dank, lieber Honk. Und... Genießt auch seine Musik. Ihr könnt euch die Musik beim lieben Honk kaufen. Erwerben. Ihr könnt auch die Musik, die im Hintergrund läuft, äh, beim lieben Honk erwerben. Schreibt ihm einfach an. Ich weiß nicht, welche Mail du hast. Ähm... Auf jeden Fall heißt er... Alien Sonny. Ich sag... Äh... Ich werde es eh immer wieder... Also verlinken, nicht? Äh... Sondern ich... Vor dem Video sehe ich eh immer wieder das Album von ihm und wie er heißt. Da könnt ihr natürlich dann auch schauen, dass ihr das erwerbt. Dieses Lied bei ihm. Ich weiß nicht, auf welche Plattform das läuft. Ich glaub, äh, iTunes. Müsst ja normalerweise auf iTunes, äh, laufen. Das Lied. So... Ich werde hier, äh, ein bisschen auferden, auferden, auferden. Auferden, 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 auferden. Naja, jetzt krieg ich gleich einen Copyrights-Track, Leute. So, wir machen gemütliche Arbeit hier. Joa... Jetzt müssen wir mal alles zumachen hier, damit wir da den Berg ein bisschen bearbeiten, tun, machen, wollen. Haben wir Erde? Ich weiß nicht, ob wir irgendwo Erde haben hier in der Truhe. Haben wir da Erde drin? Nö, überhaupt nichts. Sammeln! Wir werden Erde sammeln, Leute. Von wo soll ich die Erde wegnehmen? Ich möchte da überall die Erde behalten. Ähm... Ja, die Laura, ich weiß nicht, wann die wieder dabei sein wird. In welcher Folge? Sie ist gerade jetzt in der Schule. Nachdem ja die Sommerferien vorüber sind. Lieber Leute. Ja, ich muss eh jetzt schauen, dass ich das öfter in Minecraft rausbringe. Es ist zu selten, finde ich, auf meinem Kanal hier. Ja, da möchte ich natürlich auch gleich, weil ich gerade über den Honk gesprochen habe. Einen lieben Gruß da lassen, Honk. Lieben, lieben Gruß. Mein absoluter Lieblings-Let's-Player. Ist so, er hat so super Videos, Leute. Achso, da drüben kann ich Erde abbauen. Hier baue ich einmal die Erde ab. Da brauche ich jetzt nicht alles. Ja, es wird wirklich schön gemacht. Hier oben werde ich dann später einmal den Zauberraum hin tun. Das ist einmal fix. Also da wird so viel... Es wird noch so viel gemacht, Leute. Und ja, ich freue mich schon auf die Aufgabe hier. Also ich habe noch kein Dörfchen gefunden. Ja, ich werde mich natürlich auch einmal auf Wanderschaft begeben, weil das werde ich später mal machen. Es wird schon wieder dunkel. Wird schon wieder dunkel, Leute. Ja, die ganzen Dinger da auch einmal weggeben, die ganzen Bäume da wegmachen. So, wir schlafen einmal. Gute Nacht und ich trinke meinen Kaffee hier. Der ist schon kühl, Leute. Der Kaffee ist schon kühl. So, wie schaut es mit dem Ton aus? Der ist eh da. Aber ich finde, es ist ein bisschen zu... Kann es sein, dass es ein bisschen zu leise ist? Müsste ich dann wahrscheinlich lauter machen. Den Spielesound lauter machen. Ähm... So... Ja... Wie geht es euch? Alles okay. Ich hoffe, euch geht es gut. Euch geht es super. Ja, und wie noch einmal erwähnt. Ich sage es hundertmal, ist mir egal. Genießt die Musik, während ich jetzt zum Beispiel einmal nicht quatsche. Ich quatsche ja eh so viel. Nein, normalerweise. Ah, meine Schaufel ist nicht über. Meine Schaufel ist nicht über. Jetzt muss ich mal wieder eine Schaufel craften. Nö, das geht ja gar nicht. Habe ich eigentlich schon Eisen? Ja, habe ich eh schon. Soll ich mir eine Eisenschaufel machen? Nö, ich mache mir einfach eine Steinschaufel. Ist mir egal jetzt. Ist da... Ah, hier habe ich Kupfer bauen. So, Stöcke. Äh, ich werde mir einfach... Leute, ich werde mir einfach eine Steinschaufel machen. Fertig. Aus. So, Steinschaufeln. Habe ich zwei... Entschuldigung. Na? Mein Hals kratzt. Mein Hals kratzt. Ja, ich let's play in letzter Zeit eigentlich nicht sehr viel. Seht ihr Tschernobylite? Muss ich jetzt demnächst wieder aufnehmen. Habe ich keine einzige Folge mehr. Da sehe ich schon einige Zeit jetzt nichts mehr. Es ist eine Woche schon keine Folge mehr rausgekommen. Ich finde das Spiel auch sehr cool. Das werde ich gleich im Anschluss dann let's playen. Jetzt werde ich diese Session um die vier Folgen schätze ich mal machen. Äh... So, da habe ich einmal weggeräumt. Weil das möchte ich alles komplett eben haben. Und da drüben werde ich jetzt abbauen als nächstes. Das ist eigentlich ein Plateau, was ich wirklich gut abbauen kann. Da kann ich so viel nämlich bauen, Leute. Ja, da oben. Da kann ich abbauen. Ich brauche viel Erde, Leute. Auf jeden Fall. Ja, also... Ähm... Ja... Ich muss ja auch jetzt einmal ein bisschen meckern. Es ist so mit der Abonnentenanzahl hier bei mir mit 33 Abonnenten. Also tut sich eigentlich gar nicht viel. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, dass ich halt mehr Abonnenten bekomme. Nö. Ich werde nicht schneiden, schneiden, schneiden. Ich werde nicht meine Videos zerschneiden. Das mache ich nicht. Bei mir ist es hauptsächlich auch bei hier... Auch hier bei meinem Zong-Kanal. Genauso wie bei meinem Horstie Gaming-Kanal. Ein Uncut-Let's Play. Uncut. Alles Uncut, was geht. Es sei denn, es ist einfach so, dass ich gerade angerufen werde. Oder schneiden muss, weil ich... Weil es pressiert ganz schnell oder so. Äh... Aber sonst bleiben alle Videos, die ich Let's Play, auch bei meinem Horstie Gaming-Kanal. Uncut. Habe ich schon mal bei meinem Horstie Gaming-Kanal, glaube ich war das. Äh... Eine... Also Mail, Mail. Einen Kommentar erhalten von einem... Netten Kerl, der eigentlich ganz nett ist. Und mir versucht hat Tipps zu geben. Äh... Was ich auch gut finde. Tipps nehme ich auch gerne an. Aber auch manchmal nicht. Äh... Da stand ja drin, äh... Dass... Er würde mir den Tipp geben, dass gewisse Sachen halt zum... Äh... Ich machen soll, zum Beispiel... Äh... Dass ich mehr schneiden soll und so weiter. Das kann ich sofort verneinen. Das werde ich sofort verneinen. Mach ich nicht. Ich schneide kein einziges Video. Bei mir ist es einfach ein Uncut-Let's Play. Werde ich aber auch in... äh... Kanal-Info dann ordentlich groß schreiben. Uncut-Let's Plays. Und... Ich will nicht... Ich... Ich will nicht alles schneiden, schneiden, schneiden. Nein, das dauert jetzt zu lange schneide ich. Tue ich nicht. Mach ich nicht. Wer das nicht will... Es gibt zwei Möglichkeiten. Wer das nicht will, äh... Dieses Uncut-Let's Play, der kann entweder vorspulen... Äh... Dass du dann wieder deabonniert wirst. Finde ich grottenextrem. Also das mag ich ja überhaupt nicht. Leute, ich möchte die Leute abonnieren, bei denen mir der Content gefällt. Und... Ende im Gelände. Fertig. Das macht ihr ja hoff... hoffentlich. Macht ihr das ja auch. Also, äh... Also ich erwarte sowieso von meinem Abonnenten, dass der treu zuschaut. Dass der auch allgemein zuschaut. Und... Ja, wenn nicht, dann braucht ihr mich auch nicht abonnieren, ehrlich gesagt. Ähm... Ja, es ist jeden seins, oberabonniert oder nicht. Das ist mir egal. Nur wenn ihr abonniert. Also wenn du jetzt abonnierst. Wenn du noch nicht abonniert hast, ne. Dann wirklich nur, wenn du auch, äh... Bei mir bist. Mal kommentierst. Nicht jedes Video. Mein Gott, Leute. Da braucht ihr nicht jedes Video schauen. Ja. Aber einfach untätig sein Abonnieren. Und dann auch noch die Hoffnung haben, dass ich zurückabonniere. Und wenn ich das nicht tue, dann wieder deabonnieren. Das geht nun mal gar nicht, Leute. Das geht einfach überhaupt nicht. Das... Sage ich einfach nun mal so. Ja, es ist einfach so, Leute. So, ich brauche wieder... Stöcke. Dann brauche ich Schaufel. Wo ist die Schaufel da erst? So, eine Schaufel. Dann werde ich wieder zwei Schaufel machen. Fertig. So, aber ich habe jetzt genügend Erde, um weiter hier mein Häuschen zu machen. Mein Häuschen. Da habe ich eh jetzt genügend. Ich habe schon ein paar Stacks wieder von Erde. Super. Ja. Ja. Ja, ich werde das sowieso wieder... Später dann einmal wegmachen müssen, wenn ich die Wand mache. Ja, das kann ich ja jetzt machen, Leute. Äh... Äh... So, eigentlich... Nö, 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 nö. Ja, kann ich eh so machen. Ich weiß nicht. Irgendwie... Habe ich da jetzt einen Fehler gemacht. Weil ich muss nämlich... Ah, die Wand. Leute, ich muss die ganze Wand wieder raus machen. Leute! Ein hin und ein daher. Boah, der Kaffee ist schon kalt, Leute. Aber wie sagt meine Mutter immer so schön? Mutti, hallo, ich habe dich lieb. Wie sagt meine Mutter immer so schön? Ein kalter Kaffee macht noch schöner. Ja, so ist es. So, ähm... Ich muss jetzt... Ja, das ist eh gut. Das, ich muss das noch einmal weg tun, Leute. Habe ich einfach nicht nachgedacht. Weil ich muss nämlich auch eine Wand bauen. Und die will ich nicht erdenmäßig haben. Leute... Ja, kann ich so machen. Ah, nö. So, dann hier. Da habe ich mich jetzt verdahnen. So... Ja. Weil ich muss... Ich möchte nämlich die ganze Wand hier... Ähm... Mit... Ich weiß nicht was... Mit was machen. Eine Holz... Ja, Holzwand. Leute, ich werde eine Holzwand machen. Mit welchem Holz kann ich das am besten machen? Schwarzochenholz. Schwarzochenholz. Hm... Eher weniger. Was habe ich eigentlich an Holz draußen? Lass mich mal schauen. Ja, da ist irgendwo ein Simbo. Höre ich gerade. Was habe ich für Holz? Ähm... Eichenholz. Orchenholz. Schwarzochenholz. Nö. Ich werde das einfach mit... Eichenholz machen. Äh... Ich werde einfach jetzt da mal schauen. So... Wie schaut es aus? Steine gebe ich jetzt alle mal da rein, die ich jetzt da nicht brauche. Kohl... Kohle... Nehme ich mir einen 64er Stack. Kupferbarren. Er... Lass ich mir... Den 58er Stack drin. Bruchsteine habe ich. Äh... Zack, zack. Ofen. Aha. Ich kann mir noch einen Ofen machen hier. So, habe ich da... Ja. Hier habe ich... Waa! Waa! Ist da ein Händler oder was? Irgendwo war da ein... Waa? Es ist schon wieder dunkel, Leute. Ja, da... Da ist ein Händler. Ein Händler mit... mit... Hallo! Was hast du für mich, Händler? Was hast du für mich, Händler? Kürbiskernl. Graue Farbe. Spitzer Stopp. Topfstor. Tropfstor. Den lasse ich aber einmal. Der hat gar nicht so schlechte Sachen diesmal. Rote Farbe. Spitzer Tropfstein. Spitzer... Tropfstein. Was ist denn das? Graue Farbe. Geweihkorallenblock. Ja, den lasse ich. Hallo! Also, normalerweise töte ich die Fahrentnerhändler. Wirklich. Aber diesmal? Ich weiß nicht. Ich finde das cool, was der hat. Ich hätte nämlich gern die rote Farbe und den spitzen Tropfstein. Auch den Geweihkorallenblock hätte ich gern. Ah... Ja. Also, wenn ich dann Smaragde gefunden habe, ne? So! Ich werde auf jeden Fall jetzt einmal die Wand drinnen beginnen. Eichenholz. Mit Eichenholzbretter. Fichtenholz. Ich muss einmal kurz schauen. Ähm... 60 Stück Eichenholzbretter. Ja. Mit Eichenholz mache ich das. Nur der geht mal auf die Nerven mit seinem Donnen. Hä? Hä? So. Ich werde einmal hier... ...die Wand machen. Und hier weiter rausgraben. So, liebe Leute. Die Folge ist gleich vorbei. Na gut. Es stört mich jetzt richtig. Die Folge ist wieder vorbei. Viel Arbeit haben wir da. Leute, wir haben einfach viel Arbeit. Ja. So. Alles rausgraben, was Erde ist. Habe ich einen Fehler gemacht. Ja, mein Gott. Da hole ich mir alles. So. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen... Ich stelle mich hier ins Eck. Und sage Dankeschön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wann die jetzt kommt, weiß ich nicht. Kann sein in zwei Tagen, in drei Tagen, in vier Tagen. Kann auch... Ja. Ich weiß es überhaupt nicht. Wann ich die jetzt hochladen. Ich habe nämlich keine fixen Zeiten, wann ich jetzt eine Folge von Minecraft mit Song hochladen. Keine Ahnung. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und über Like würde ich mich erfreuen. Über ein ehrliches Abo. Und über konstruktive Kritik und Kommentare. Ich sage Game Over and Out. Euer Song. Und auf pokemon jön. Szнов. Halt deine weltweit. Bye. Ton von Kiano.